Hallo zusammen, hier ist Katrin von Stempelzone. Ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin aus Bochum und am 1. Dezember geht es los auf meinem Kanal mit dem Adventszauber mit den Papierschwestern und meine liebe Teamschwester Yvonne von Das Kreative Ips hatte die Idee, einen Trailer dafür zu drehen und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein heimtückisches Virus die Bewohner dieser Welt in Schach hielt. Die Menschen verbrachten mehr Zeit zu Hause und mit ihren Familien. Auch die Hobbys kamen nicht zu kurz. Dennoch war es ein schwieriges Jahr. Trotzdem oder gerade deswegen wollten die Papierschwestern aus dem weit entfernten YouTubien, den Bastlern zum Advent eine ganz besondere Freude machen. Wie, ihr kennt die Papierschwestern nicht? Dann lasst sie mich euch einmal schnell vorstellen. Katrin, Gudrun, Katja, Janina, Niki, Yvonne, Sonja und Selma. In ihrer Kreativwerkstatt werkelte jede von ihnen mit viel Liebe verschiedene Projekte. Kurz vor dem ersten Advent trugen sie die besten 24 Ideen zusammen und drehten Anleitungsvideos, damit die Besucher in YouTubien es zur Weihnachtszeit schön haben. Neugierig, was die Papierschwestern für euch vorbereitet haben? Ab dem 1. Dezember öffnet sich die Kreativwerkstatt für euch. Seid dabei beim Adventszauber der Papierschwestern. Und wenn nicht Kleber oder Stempelfarbe eure Finger schmückt, dann habt ihr wohl noch nicht genug gebastelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017